Ja, das ist ein Zahnbühler und darauf haben wir zwei verschiedene Zinsserien aufgebaut und hier würde ich spielen. Das war für mich Alttechnik, schon in der Aptik, 1980, schon sehr gut gespielt, aber das ist ein bisschen neuer zu machen heute. Aus Konstantins Kurs hieß, glaube ich, das ist ein Zahnbühler, das ist ein Zahnbühler, das ist ein Zahnbühler, das ist ein Zahnbühler. Das ist ein Zahnbühler, 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 das ist ein Zahnbüh Das war's für heute. 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 Vielen Dank.